So, Schwierigkeitsstufe 2, Ritter, ich bin 75. Uff. Gefahr, Windangriff. Puh. Jo. Okay, gucken wir mal, was könnte uns denn unterstützen. Erdschwert. Ach, lass dich doch mal scrollen. Steinka und Blendka. Nee. Dann nehmen wir das oberste. Das war hier schon immer ganz gut. Ich frage mich, wieviel der ausziehen muss, um auf Toilette zu gehen. Das sieht echt komisch aus. So, die erste Runde von 4, die war auch mal ganz einfach. Das finde ich sehr schön. Oh, so einen goldenen. Gold-Silber allerdings. Die auch sehr cool machen. So, schon im Schockzustand. Sehr schön. Dritte Runde. Oh. Okay, einen haben wir schon mal weg. Na komm schon. Hau die Castella auseinander. Oh, sie sind unsichtbar. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Ein riesen- komischer Baum. Die Arme sind auf Wurzeln, wenn ich das richtig sehe. Okay, erster Schockzustand. Oh. Das läuft für mich gar nicht mal so schlecht. Tja, ich würde sagen geschafft. Das war leichter als gedacht, muss ich sagen. Wahnsinn. Wow. Ich bin etwas sehr überrascht. Feuerwehr. Geheimschatz im Gebiet Notfalltreppe entdeckt. 3000 Geld. Dankeschön. Oh. Da. Dann wahrscheinlich hier irgendwie noch. Bei mir ist irgendwas und da unten ist auch... Pfff. Uiuiui. Ja, ein bisschen was haben wir noch, ne? Haben wir noch ein bisschen vor uns? Talente können wir leider noch nichts machen. Oh, aber wir könnten mal gucken, dass wir ein bisschen verkaufen. Moment. Gehen wir mal hier rüber. Dann war das Karten verkaufen. Ähm. Hier ist auch doppelt. 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 Immer ein bisschen Ordnung halten. So. Ich benutze zwar fast keinen von denen, zumindest noch nicht, je nachdem was ich ja immer unbedingt brauche. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Ah. Schöne Sache. Jaa. Den Kampf machen wir noch und dann reicht's auch gleich, denke ich, mal wieder für eine Folge. Ah. Joa. Erdschwert nehmen wir mal. Sollte gut klappen. Wir haben ja keinen Boss. Jaa. 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 Und besiegt. Wunderbar. Das ging richtig gut. Ich bin mir dafür überhaupt nicht. Ich bin mir voran hier. Jaa. 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 Hier. Jaa. drone 업w access. Sehr gut. Und genau da, wo ich vermutet hab, Da ist dann das nächste. er wartet da cloud ganz bequem da ist ja toll wir dürfen alles machen und der wartet einfach na ja hauptsache er kann das ding mit der die abstellen wenn wir es dann doch selber machen dann ist aber eher so das machen wir aber erst in der nächsten folge ich werde jetzt noch mal kurz mein 25 von 200 plätzen ja ich würde mal sagen das ist eine menge ich würde auch mal was gucken mit dem shop 1000 phoenix weder für 100 ok und hier für 500 ok ok ja 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 Material für Fusion wählen, das wollte ich haben. Sollte die eigentlich sein? Kit Karten, hast du eine Karten für eine Funktion ausgewählt, lege mit der Tandra-Taste und nehme dementsprechend die Unterhaltung des Kartens hinzu. Karten zu verkaufen hatten wir nicht, wir können auch nichts zur Zeit hochsetzen, das war auch eine Zeit. Okay, ich werde jetzt aber erstmal wieder aufhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde mir nämlich ein bisschen hier noch angucken, ich werde glaube ich auch noch hier auf der Stelle ein bisschen skillen, weil ich denke mal die nächsten Räume werden auf jeden Fall ein bisschen heftig und der Bossmonster auch. Aber ich werde auf jeden Fall hier bleiben, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Macht's gut, ciao! 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 Ciao!